ja hallo leute heute bin ich mal wieder unterwegs und zwar im wald und zwar mal hier vor uns ein aussichtsturm oder was auch immer das ist und da gehen wir mal rein ja Na, Georgi, hier lieber nicht. Oder? Hier geht noch so eine Eisenhütte hoch. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Na, doch eine schöne Aussicht hier. Da war ich schon ziemlich rude. Na ja, ich geh mal wieder runter. Jetzt soll es wohl noch einen Bunker geben. Dann gucken, ob wir den noch finden. Dann gehen wir da wo noch rein. Da vorne ist ein Bunker. Gucken, wie es da aussieht. Das ist ja nicht viel. Mir scheint es aber noch weiter zu gehen. Oh ja. Der ist ja nicht mal klein. Mal gucken. 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 Mal gucken.